Erzählst du noch einmal, der Oskar hat noch nicht mitgehört. Bitte noch einmal die Geschichte. Es waren einmal... Lampen. Bitte. Große Lampen. Das ist schrecklich. Und, weiter? Was ist da passiert? Erzähl die große Geschichte. Was ist mit den Lampen passiert? Erzähl die Geschichte, wir sind schon so gespannt. Es war einmal ein zweites Lampen. Es war einmal ein Lampen später. Und da fand ich... Es war einmal ein Wolf, der war groß wie ein Brocken. Und der kleine Küken hatte Angst. Aber mein Zahnbruder mit dem spitzen Schwanz, der kann ihm helfen. Aber da hat noch eine schweine Flosse. Das ist da. Du die Flosse. Und da hat er eine spitze, siehst du. Und das war einmal ein Blitz. Du die zerstörst. Du siehst du. Du siehst du. Bravo. Bravende. Du siehst du. Vielen Dank.